Was für uns völlig überraschend war, dass die Lkw-Mautsätze seit fünf Jahren mittlerweile in Folge sinken. Das wussten selbst wir als Fachleute in der dramatischen Ausprägung nicht. Und schlimm kommt hinzu, dass die Trassenpreise für die Güterbahnen seit Jahren steigen, was wir wussten. Wenn man diese beiden Kurven aber nebeneinander legt, dann öffnet sich die Preisschere mittlerweile im Laufe der Jahre um knapp 30 Prozent. Das heißt, die Güterbahnen werden immer teurer von den Wegekosten, der Lkw-Verkehr wird staatlich immer billiger gemacht. Und trotzdem möchte die Bundesregierung, man muss mittlerweile sagen, angeblich den Schienengüterverkehr fördern. Bei dieser Infrastrukturpolitik des Bundes kann das Verlagerungsziel überhaupt nicht Realität werden. Das heißt, die Lkw-Verkehr ist, dass die Lkw-Verkehr ist, dass die Lkw-Verkehr ist.